Erika Mann, die älteste Tochter von Thomas Mann, geboren 1905 in München, war Schauspielerin und Kabarettistin, Kriegskorrespondentin, Vortragsrednerin, Kosmopolitin und Antifaschistin. Bis zu ihrem Tod 1969 wachte sie über den Nachlass ihres Vaters. Mit ihrem Bruder Klaus Mann verband sie eine innige Beziehung, die in gemeinsamen Reisen und Publikationen mündete. Dass sie selbstbewusst die kleinen Formen pflegte und so den Familienfluch, das Schreiben, zu regulieren lernte, wurde besonders in ihrem publizistischen Kampf gegen Hitler zu ihrer großen Stärke. Wir stellen heute drei kürzere Texte von Erika Mann vor. Zu Beginn hören Sie einen Ausschnitt aus dem autobiografischen Fragment mit dem Titel Ausgerechnet Ich. Erika Mann erzählt von der Gehirnerschütterung, die sie sich 1920 zuzieht und zeigt sich darin auch politisch visionär. Denn die Erschütterung geht tief. Was bedeutet es, wenn etwas Schlimmes passiert und einem niemand glaubt? Es liest Brigitta Vurgler. Mein Bruder Klaus und ich waren auf eine lange, wichtige Radtour gegangen. Wir wollten die Welt sehen. Und dies war unser erster, aufregender Schritt in diese Richtung. Nach Tagen einer anstrengenden Reise hatten wir einen Berggipfel in den österreichischen Dolomiten erreicht. Wir hatten unsere Räder hinaufschieben müssen. Es hatte uns viele Stunden und viel Schweiß gekostet. Selig sahen wir der Fahrt bergab entgegen. Wir würden unsere Füße nicht bewegen müssen. Über unsere Lenker gebeugt, halb auf ihnen liegend, würden wir um die Kurven rasen, lautlos, federleicht, nichts fühlend als Geschwindigkeit, Wind und Kühle. Großartig, riefen wir einander zu, als der Flug begann. Prima, ich fühle mich wie ein geölter Blitz. Du nicht? Klaus, etwas schwerer als ich, fuhr ein bisschen schneller und war hinter einer Kurve verschwunden, als ich plötzlich merkte, dass mein Rad außer Kontrolle geriet. Meine Bremsen schienen nicht zu funktionieren. Die mit feinem Staub bedeckte Straße war glatt. So sehr ich auch versuchte, langsamer zu werden, näherte ich mich doch der Kurve mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 Stundenkilometern. Ich würde es niemals schaffen. Die Straße bog scharf nach links ab. Ein hässlicher Abhang gähnte zur Rechten. Aber während der Sekunden kurz vor meinem Sturz, Sekunden, die natürlich wie eine Ewigkeit schienen, bekam ich mit, dass ich nicht dort hinunterstürzen würde. Baumstämme verbarrikadierten den Hang. Ich würde entlang schlittern, genau in diese Bäume hinein. Die Aussicht war alles andere als angenehm, aber ich war nicht wirklich erschrocken. Hoffnungslos, sagte ich ruhig zu mir. Na, jetzt geht's los. Ich muss eine ganze Weile bewusstlos gewesen sein. Klaus war bereits weit unten, als ihm auffiel, dass ich nicht mehr da war, und sein Weg bergauf war eine Sache von eineinhalb Stunden. Zuerst hatte ich keine Ahnung, was mir passiert war. Ich wusste kaum, wo ich war. Ich stand jedoch auf, und Klaus stellte fest, dass meine Glieder normal funktionierten. Ich blutete nicht einmal, und insgesamt schien ich vollkommen in Ordnung zu sein. Was soll das ganze Theater, fragte er, und holte Tiefluft. Du hast hier eine Ewigkeit gelegen. Wirklich, sagte ich, ich weiß es nicht. Geheimnisvollerweise war mit meinem Rat alles in Ordnung, und Klaus begann zu vermuten, dass ich versuchte, ihm einen Streich zu spielen. Nett von dir, grummelte er, so eine Schau mitten in unserer besten Fahrt abzuziehen und mich für nichts und wieder nichts zurückkommen lassen. »Zurück von wo?«, fragte ich. »Wo bist du gewesen?« Klaus lachte böse, während ich versuchte, mein Gedächtnis zurückzuerlangen. »Hör mal«, sagte ich, und etwas in meiner Stimme ließ ihn mit dem Lachen aufhören. »Ich kann dir nicht genau sagen, was passiert ist, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich schrecklich. Es macht nichts, dass ich laufen kann. Ich kann vielleicht sogar mein Rad fahren, das macht auch nichts. Ich fühle mich komisch, ich kann gar nicht beschreiben, wie. Willst du mir nicht bitte schön glauben?« Klaus zuckte die Achseln. »Du bist übermüdet«, sagte er, »Ja, das ist alles.« »Ich hätte heulen können.« »Die Straße ist schlecht«, sagte ich. »Sie ist sehr schlecht und tückisch. Lass uns nicht so schnell fahren. Ich möchte nicht, dass dir auch diese schreckliche Sache passiert. Diese schreckliche, schreckliche Sache. Diese schreckliche Sache. Ich konnte meine eigene Stimme wie von außen hören. Und ihr anhaltendes Summen erschreckte mich nicht wenig. »Natürlich nicht, Liebes«, sagte Klaus sanft. »Sicher nicht.« »Nun mach dir keine Sorgen.« Sein hochmütiges Mitgefühl, sein skeptisches Wohlwollen verletzten und beleidigten mich maßlos. Etwas Furchtbares war passiert. Etwas, das ich nicht hatte verhindern können. Obwohl ich es hatte kommen sehen. Ich hatte vorher keine große Angst gehabt und spürte jetzt keine allzu großen Schmerzen. Aber etwas war nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht in Ordnung mit mir. Und nicht nur mit mir. Die Landschaft um uns herum hatte sich verändert. Da war etwas Giftiges im Grün der Wälder. Und die goldenen Wolkenränder sahen bösartig und nach Schwefel aus. Die staubbedeckte Straße vor uns war trügerisch. Eine Kurve folgte der anderen, sodass man nie genau wusste, wohin man fuhr, während es doch offensichtlich war, dass man sich in Gefahr befand. Aber Klaus konnte es nicht verstehen. Er wollte nicht einmal mir glauben, der das Unaussprechliche tatsächlich passiert war und ihn anflehte, vorsichtig zu sein, ihn anflehte, auf sich aufzupassen. Ich war damals 14 Jahre alt und natürlich davon überzeugt, dass ich alles wusste, was es über das Leben zu wissen gab. Aber dies, so wurde mir mit einem Schauer klar, war etwas Neues unter meiner Sonne. Etwas, das, wenn es mir irgendjemand gestern erzählt hätte, ich nicht hätte fassen können. Die Qual, die mich festhielt, war die Qual des unvermittelbaren Wissens, die Qual einer wichtigen Einsicht, die die Welt zu teilen sich weigerte. Brigitta Vogler liest Erika Mann. Im Folgenden die 1931 erschienene Klosse »Frau und Buch«. Sie zeugt von Emanzipiertheit und Durchblick. Kurz darauf sollte Erika Mann das antifaschistische Kabarett Pfeffermühle gründen. »Es ist kein schlechtes Bild, eine Frau mit einem Buch. Sie sitzt lesend im Garten. Sie liest den Kindern vor. Während sie liest und sinnt, geht der Mann den unbarmherzigen Geschäften nach. War es nicht so? Von Alters her? Sie versteht vieles nicht, was die Dichter schreiben. Aber sie hat eine Art, es doch zu spüren. Sie kann ganz versinken im Buch. Wenn sie ein wenig klüger ist und Verstand für die Sprachen hat, dann kann sie selber Bücher übersetzen. Sie tut es oft besser als die Männer, Kraft ihrer Schwäche, ihres Anlehnungsbedürfnisses und Vermögens. Der Mann, vor allem wenn er selber schreibt oder zu schreiben wünscht, fällt oft in Eigenwilligkeit. Sein Stil, der dem Original nicht ähnlich ist, setzt sich hartnäckig durch. Der Leser kriegt ein schiefes Bild, die Meinung des einen in der Sprache des anderen. Wollen Sie eine reizende Schriftstellerin kennenlernen, dann kommen Sie heute abends ins romanische Café. Wer sagte zu solch einer Aufforderung gleich Ja aus voller Brust? Es scheint eher, dass man Ach sagt oder Muss das sein oder Reizend. Eine Schriftstellerin? Wirklich? Eine Ahnung von Blaustrumpf und unbefriedigter Intellektualität steigt auf. Eine Furcht vor aggressiver, Wichtigtuerei und gewinnsüchtiger Betriebsamkeit, die ungerecht ist. Bei Gott, sie ist ein bisschen ungerecht, ein kleines bisschen. Es gibt reizende Schriftstellerinnen und man weiß, dass es sogar Gute gibt. Die Frage, ob die Frau ohne weiteres schreiben soll, gleich Bücher schreiben, wenn sie glaubt, dass sie es könnte, steht offen. Aber sicher sollte sie sich den Entschluss härter ankommen lassen als der Mann. Die Chance, dass es gut, die Chance, dass es Menschen möglich wird, ist geringer. Die Persönlichkeit der Frau hat so viele Wege, sich zu äußern und sie tut es auf so vielfältige Manier. Aber sie muss sehr stark und sehr konsequent sein, diese Persönlichkeit, wenn sie sich auf dem Papier durchsetzen will. Seit kurzem gibt es einen neuen Typ Schriftstellerin, der mir für den Augenblick der aussichtsreichste scheint. Die Frau, die Reportage macht, in Aufsätzen, Theaterstücken, Romanen. Sie bekennt nicht, sie schreibt sich nicht die Seele aus dem Leib. Ihr eigenes Schicksal steht still beiseite. Die Frau berichtet, anstatt zu beichten. Sie kennt die Welt, sie weiß Bescheid, sie hat Humor und Klugheit und sie hat die Kraft, sich auszuschalten. Fast ist es, als übersetzte sie das Leben in die Literatur, in keine ungemein hohe Literatur, aber doch in eine brauchbare, anständige, oftmals Liebenswerte. Gestern habe ich auf dem Hohenzollern-Damm einen Herrn getroffen, mittelalt. Der Herr war ein Träumer. Er schaute in den Himmel und ich hätte ihn mit dem Auto beinahe umgefahren. Er sagte zu mir, Weibervolk, verdammtes, schert euch in die Küche. Diesem Herrn widme ich diesen Aufsatz. Ihren Kampf für Demokratie und Humanität führt Erika Mann 1936 in der Emigration in den USA weiter. Seit Lebens ist sie bemüht, Wissen zu vermitteln, aufzuklären, Augen zu öffnen. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie als Kriegsreporterin der Alliierten. Am 30. April 1941 erscheint ihre große Reportage mit dem Titel Blitze über dem Ozean. Hören Sie eine kurze Passage daraus. Das Wort Blitzkrieg stammt, man darf es annehmen, von Wotans Mickey Mouse, dem ingeniösen Doktor Goebbels. Ganz wie die unübersetzbare Gemütlichkeit ist nun auch Blitzkrieg als Fremd- und Lehnwort eingegangen in andere Sprachen. Sogar eine Verbalform, to blitz, hat sich im Englischen gebildet. Des freut sich der Doktor Goebbels, denn nicht nur schmeichelt es seiner Eitelkeit, sondern er sagt sich überdies, warum hat es das Wort Gemütlichkeit ausschließlich im Deutschen gegeben. Hier nun, weil der Begriff Gemütlichkeit ausschließlich im Deutschen existierte. Kein Volk außer dem Deutschen konnte so recht von Herzen gemütlich sein. Nirgends als bei uns gab es die urgemütliche Mischung aus Sentimentalität und Brutalität, aus sangesfreudiger Weinseligkeit und blutrünstiger Krakelsucht, aus bürgerlicher Sitzsamkeit und landsknechthafter Unflätigkeit. Und die armselige Welt, die sich vergebens mühte, unsere Gemütlichkeit nachzuahmen, ist nicht einmal imstande gewesen, ein eigenes Wort zu liefern für ihre traurigen Ersatzprodukte. So oder ähnlich, denkt der kleine Herr der deutschen Propaganda, und so folgert er, was nun gar unseren Blitzkrieg angeht, so ist er freilich so sehr der unsere, dass die armselige Welt sich nicht erst umgeschaut hat nach einem gleichwertigen Wort in ihren Sprachen. Blindlings hat sie sich unser Wort gefallen lassen. Es ist gut so. Unser ist der Blitz. Und er wird die armselige Welt vernichten, falls es uns nicht gelingen sollte, sie halbwegs intakt zu übernehmen, was freilich einträglicher wäre. So denkt irrtümlich Minister Goebbels. Noch während er so denkt, ist seines Führers Pracht und Staatsoper in Flammen aufgegangen. Noch während er so denkt, liegen die Werften von Kiel und Bremerhaven in Schutt und Asche. Noch während er so denkt, schlägt der britische Blitz in die Schiffe Scharrenhorst und Kneisenau. Gut, oder vielmehr ziemlich schlecht, bemerkt hierzu der Propagandist. England ist im Kriege. England kämpft um sein Leben, um das Leben der Demokratie und um die Freiheit aller Völker, die wir in Grund und Boden geblitzt haben. Wir sollten uns am Ende nicht wundern, wenn England alle Kraft zusammennimmt unter solchen Umständen. Schlagartig überraschen diese Briten uns da fortwährend mit Aktionen, die wir der faulen, satten, degenerierten, liberalen, undisziplinierten, blödsinnig, freiheitsliebenden Rasse niemals zugetraut hätten. Es ist ärgerlich und unheimlich, das gebe ich mir zu, ohne es freilich meinen dummen Deutschen zuzugeben. Aber ich habe einen großen Trost und eine große Sicherheit in diesem Zusammenhang, während nämlich im Kriege sogar die Demokratie imstande zu sein scheint, sich zusammenzunehmen, während das englische Volk offenbar freiwillig erträgt und bewältigt, was wir dem Unsern eingebläut haben, in acht langen Jahren und Hunderten von Konzentrationslagern, ist im Frieden die Demokratie doch ohnmächtig, es mit uns aufzunehmen. Von Amerika wenigstens haben wir nichts zu fürchten. Gut oder vielmehr ziemlich schlecht. Amerika rüstet gegen uns und versorgt England mit Waffen. Im Übrigen aber, solange das Monstrum nicht Krieg erklärt – und das Monstrum wird doch nicht etwa – ist Amerika harmlos, wie die Schnecken es sind. Immer langsam voran ist das Motto dieser diskutierenden, beratenden, argumentierenden, demokratischen Narren überm Ozean. Aber das Unsere ist Ruck-Zuck. Großdeutschland blitzt und Amerika schwätzt. Es ist gut, wie es ist. So folgert munter der kleine Doktor und fragt sich vergebens, warum ihm bei alledem nicht völlig wohl ist in seiner Haut. Nur ungern befassen wir uns mit seiner wenig appetitlichen Figur. Immerhin möchten wir den deutschen Beauftragten für Volksaufklärung nicht unaufgeklärt lassen in so wichtiger Sache. Sagen muss man ihm, warum ihm so wenig wohl ist in seiner Haut. Sagen muss man ihm, warum ihm eines schönen, eines wunderschönen Tages verzweifelt unwohl sein wird in ihr. Dann steht er im Dunkel, dass er selbst geschaffen, umzuckt von den Blitzen, mittels derer sein Führer die Menschheit zu Tode zu erschrecken gedenkt und glaubt, dass Blitzen sei eine urdeutsche Sache, erfunden und ausübbar einzig von der Herrenrasse. Derweil blitzt es in Amerika, dass es eine Art hat, es Wetter leuchtet, sagt leicht geblendet der Propagandist, der freilich verlernt hat, ein wahres Wort zu sprechen. Man darf es zugeben, die Kühnheit, Jähheit und Wucht der Roosevelt'schen Schläge gegen Nazi-Deutschland haben vielfach überrascht. Sogar hier, wo man weiß, wozu wir imstande sind. Well, sagen erfreut die Leute, our president certainly knows how to blitz and Hitler won't like it either. Brigitte Vogler las drei Texte von Erika Mann zu finden in dem Band Blitze überm Ozean erschienen im Rowold Taschenbuch Verlag.